Aaaaaaah Es ist eine gute Möglichkeit, aber letztlich auch die Hand, also vielleicht das, was man hier um die Hand möchte, 2.1 Ernährung A rull dabei ist natürlich die Ernährung, Sie selber wissen ja auch warum Sie vielleicht das Ausschluss haben, diese Erhütbare Säure mit Ernährung spielt eine sehr sehr wichtige Rolle Zum einen sollte man da unterscheiden zwischen Säure A zu Ups und Säure reiches Obst, ich habe hier einmal eine Übersicht gemacht, da sitzt man um welches Obst zuzuhalten Schmeißen, natürlich. Jetzt finden wir eine Art Säure. Die Wartensäure hat sich auch im Achtung, solle Arten zu reduzieren. Der weiterer wichtiger Punkt ist, worum man verzichten sollte, wenn man versucht, den Betonkunden einfach abzusetzen, bzw. die Gewalt darüber, warum man der Wartensäure hat, um zu reduzieren. Noch einmal, ganz wichtig ist, meines Erachtens aber, da wir auch vorab mit einem Erlangsberater zu schwächen und einem anderen Plan zu machen, ich kann Ihnen jetzt nur ganz einzelne Tipps geben, die Suche in der Internet, die wir schon auch wichtig zu sagen, schauen Sie sich zum nächsten Mal an, gucken Sie sich auch aus ganz in Köln, ähm, vielleicht Verbindungen, die sich mit dem Verkauf oder ähnlichen Achtung, gibt es ein paar Tipps auf Achtung, weil hier, wenn man so eine Schülerschaft kann, die Leute betonen, wenn man in Zukunft für sich die Gassen ist, die Gäste, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020